Wir kommen nun nach Ellerstadt in der Pfalz zum Weingut Markus Schneider. In dem Fall eine Rebsorten-Cuvée aus drei verschiedenen Rebsorten, Cabernet Sauvignon, Merlot und Portugieser, im gebrauchten Barrique ausgebaut für zwölf Monate, ein Wein mit mittlerem Alkohol, 13,5 Alkohol, einem sehr schönen, fein eingebundenen Tanningerüst, eignet sich super zu einem Wild, zu einem kräftigen Käse, zu einem Grillfleisch, vielleicht einem schönen Steak. Toller Wein für einen kleinen Preis, unbedingt probieren, ist wirklich sehr, sehr fein.